So, da sind wir ja gleich wieder Level ab. So, okay, dann mal los. Habe ich das gerade durchgesehen? Bist du ein Heiler? Gleich bist du kein Heiler mehr. Genau, so wollte ich das machen. Ich kenne jetzt einen Trank. Jetzt brauchen wir keinen Trank. So. Perfekt, mein Monster, meine Kreatur. Was, was, was? Ach, da hinten ist schon wieder ein Film. So, das ist perfekt. So, was haben wir jetzt für Ohrringe bekommen? Hier sind die ja. Benötigte Stufe 28, aber wir haben eh gute. So. Wo war denn jetzt die Kreatur hingewiesen? Da hinten, glaube ich. Hä, wo sind die hin? Ach, da ist sie. Und sie ist ja hochgefallen. Da hat sie Bisch. So, was haben wir denn jetzt hier hinten? So, wir werden das jetzt hier auf jeden Fall noch hier erobern. Und dann werden wir erstmal einen kleinen Aufnahmetest machen. Äh, Aufnahmetest, Quatsch. Aufnahmepause machen. Weil da nehme ich wirklich schon ziemlich lange auf. Aber hier scheint nichts zu sein. Na gut. Hier haben wir was. Ist verschlossen. Verschlossen. Ach Mensch, alles verschlossen hier. Irgendwas greift uns gerade an. Das soll uns erstmal nicht stören. Oh, da haben wir jetzt den Nächsten. Wir kriegen wahrscheinlich ein richtiges Rüstungsset zusammen. Da ist was drin, ne? So, dann gehen wir mal hier noch hin. So, die sollen sich mal hier schön rumklappen. So, nehmen wir mit. Hier noch was drin. Nö. So, dann mal los. So, jetzt müssen wir ruhig die Schlüssel rausrücken können. Und nunmit zerstören wir das nächste Teil. Haha. Ja, wir sind richtig gut. Dann kümmern wir uns mal da hinten um die noch. So, mal wieder den Feuerring benutzt. Und die ist gestorben. Geil, der Feuerring ist ja richtig gut. Nehmen wir mit. So. Können wir uns jetzt hier in eine Drachen verwandeln? Einwandfrei. Dann können wir jetzt mal hier noch ein bisschen weiter hoch emporsteigen. Da kommt ein nächster Gegner. Wir werden jetzt erstmal nochmal speichern. Ja, da haben wir heute ja richtig viel geschafft, muss ich sagen. So, komm mal her. Was war's dann wohl mit dem Zauberen? Ach, geht nicht. Dann machen wir's so. Komm schon. Komm schon. Jawohl, wir sind hier ein Level aufgestiegen. Da machen wir dich jetzt mal hier mit Ordentlicherkeit hier unten. So, und Feuerwand. So, jetzt bist du dran. Komm her. Wehr dich nicht. Guck mal, ich mach dich jetzt mal so kaputt. Da, und so. Gib mir was. Arschloch. Toll, sind wir jetzt einmal um den Kreis gerannt, oder was? Ist hier hinten noch irgendwas? Nee, das haben wir schon gemacht, Jun. Nee. Hier waren wir noch nicht. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. So, wo waren wir denn vielleicht noch nicht gewesen? Zwecklos. Ich muss zu Fuß ran. Wo waren wir denn schon hier hinten gewesen? Das ist doch eine Brutstätte hier. Wir gehen jetzt aber erst mal weiter höher. Ob's wohl? Nee, wir kommen jetzt ja stürmen mal schon ein bisschen was. Hier kann ich mich nicht in einen Drachen verwandeln. Doch, du kannst dich in einen Drachen verwandeln. Du musst es nur wollen. So. Komm her, du Brutstätte. Nummer eins. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Da können wir noch nicht hin. Ah, beinahe wäre es passiert. Noch eine Brutstätte. Kaputt. Und der Magieturm. So, jetzt tun wir hier oben mal landen. Und speichern hier mal. Weil hier bestimmt wieder ein Haufen Gegner auf uns warten. Sage ich doch. Hier hinten sind schon welche. Dann komm mal her. Erwache, mein Tierchen. So, und. Einmal die hier. Ach, da hinten ist ein Geist. Wie lange haben wir schon keinen Geist mehr gesehen? Sag mal, ist der Geist irgendwie übelst stark? Kann das sein? Nö. Da geht's. Kann das sein, dass ich aus Versehen meinen Krieger, also meinen Beschwerer, wieder zurückgerufen habe? Ich glaube schon. So, dann kümmern wir uns mal noch um dich. Komm her. Ja. So, was haben wir denn hier Schönes? Ach, wieder so eine. Jetzt haben wir schon die Hose davon. Okay, was haben wir denn hier noch? Ach, hallo. Dann machen wir ihn eben so kaputt. Komm schon. Und nochmal. Aber ich habe das Gefühl, wir werden immer, immer, immer stärker. Also die Tiere können uns ja jetzt schon gar nichts mehr an, wirklich. Und ich habe ja auch noch nicht mal geskillt, fällt mir gerade mal auf. So, dann machen wir natürlich mal wieder diesen Flammenkreis nochmal. Den finde ich mich richtig gut. So. Und... 1000 Tiepe. Sieht auch interessant aus. Und machen wir hier... ...Lebenstraft machen wir diesmal komplett. So. Wo könnten wir jetzt mal noch ein paar Sachen kaputt machen? Ich glaube, hier unten gibt es nichts mehr. Sieht zumindest nicht so aus. Ne, hier scheint, als hätten wir schon alles kaputt gemacht. Ne, haben wir nicht. Ähm, ähm, ein Inventar. Und zwar... Nehmen wir mal so einen Trank. Und... Bis... Und die 5. Dich nehmen wir uns vor. Du bist nicht ein Heiler. Und damit sehr böser. Wo bist du hin, Heilerin? So. Geh mal bitte weg. Komm schon. Stirb einfach. Schrecklich. Komm schon. Stirb einfach. Geh kaputt. Geh kaputt. Perfekt. Haben wir schon was bekommen dafür? Frechheit. Nehmen wir mal mit. Leer, leer. Ach Mensch, dass man hier an die Kiste nicht so einfach rankommt, das ist blöd. So, nehmen wir mal mit. So. Geh tragisch. Deine.